Da, die, da, dumm, 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 was zur Hölle ist das? Okay. Und was zur Hölle hat er für da... Was hat er da für ein Schwert an, bitte? Komm. Ach, super. Ja. Du, ich auch. Dumm, 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 dumm. Dada dadada 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 dadada. Und Tifa und Yufi sind genau gleich schnell, was zum Teufel. Komm, mach das kaputt. Ja, es... ... das bootig jetzt gerade nicht aber auch gut. ist noch der komische körper da da du machst mir grad mehr probleme als zu mich eigentlich verarschen dankeschön ich hatte meinen leuten mehr abgezogen als der boss im und das schwert sieht immer affengeil aus wiederbelebnis auf maximum ich freue mich ja so sehr tiefer komm mal her hat eigentlich irgendeiner von minecraft blitz gekoppelt sehr gut also mindestens einer sollte vielleicht blitz gekoppelt haben aber herr bitte da habe ich doch bestimmt noch einen blitz rumfliegen warum macht das blitz wunderbar aber da haben wir noch komplett aufgelevelte alle substanz ein wenn ich noch irgendwo einer rumfliegen habe aber so okay also da hoch so hier in der cloud wunderbar so fände ich aus dem richtigen Weg ja könnte ich mich bitte bewegen das ist nicht wahr hey wie kommst du hier hoch leck mich weg hier ja schön ist klar kannst mich mal ey ist nicht wahr so hier hoch hier hoch der Gegner ist immer so was von unfair ist hollo warum sind hier noch gegner nein ja vergisset könnte mir vielleicht ja du hast alle gefunden oder was und wir sind abgauend wunderbar sehr gut sehr sehr gut so ja du vollidiot knüppeln wir ihn um oh jo hör sofort auf oh der versager erinnert dich wenigstens an meinen namen ich heiße Cloud immer wenn ich dich sehe ärgert es mich dass ich so wenig Sinn für wissenschaft dass es mich dass ich ärgert es mich dass ich so wenig Sinn für wissenschaft hatte ich habe dich als geschattertes Projekt bewertet aber du bist der einzige gelungene Severy Ostklon hehehe ich beginne sogar mich selbst zu hassen es ist alles unwichtig hör endlich mit dem Unsinn auf Unsinn ach das aha Severy Ost scheint sich auf die Energie zu verlassen ich werde ihm also ein bisschen helfen warum warum bloß hör mit deinem ewigen warum auf du Schwachkopf du könntest vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen Energieniveau bei 83% es dauert zu lange mein Sohn braucht Kraft und Hilfe das ist der einzige Grund dein Sohn? haha auch wenn er es nicht weiß hahaha das wird Severy Ostklon denken wenn er herausfindet dass ich sein Vater bin er hat immer auf mich herabgesehen hahaha Severy Ostklon ist dein Sohn? hahaha ich habe die Frau mit meinem ich habe die Frau mit meinem Kindprofessor Gast für sein Genova Projekt angeboten äh als Severy Ostklon noch nicht geboren war nahmen wir Zellen von Genova hahaha ich kann es nicht nicht fassen dass du gerade gesagt hast dass du das getan hast ah dass du das getan haben sollst das scheinbare das scheinbare Verbrechen an Severy Ost ne he 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 nein du hast unrecht es ist mein Traum als Wissenschaftler hahaha ich wurde durch meinen Wunsch Wissenschaftler zu werden besiegt ich habe auch die Zeit verloren ich habe die Zellen von Genova in meinen eigenen Körper indiziert hahaha hier sind ne he 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 meine Ergebnisse was Bosskampf gegen Hoyo okay ich bin froh dass ich gerade hahaha ja ich gehe auf Nummer sicher du direkt was macht was macht jetzt Märchen am letzter Schliff oder mit dem letzter Schliff komm er ist sehr krank dann machen wir direkt Regener letzter Schliff auf geht's naja Kapsel frisst ja jetzt was aber was zum Teufel ich brauche sofort Flächenschaden so so schreien auf äh Barmuth 0 einmal bitte hamud da wie viel haben wir haben die bitte die große wache wird wieder auffrischen weil ich sehe dass die fast wieder ausgelaufen ist also die barrieren ja 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 da 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 muss man sich eigentlich jedes mal komplett ansehen das finde ich anruhen besser dass man die beschwörung nicht jedes mal bis zum abreichchen sehen muss vor neun monaten das letzte mal gespielt rams weg mit dir und deinen scheißviechern schaden waren ja 1999 das brezelt alles um mal sehen wie der marco saft reagiert ja was zum teufel ist das was ich glaube ich aber brauche ich Ultima und ein bisschen äh Dingens vielleicht wie heißt es wie heißt es ähm Bahamut und Bahamut ja und was wieder auf was kann ich der bio zu was an bitte lass ihm was anrichten ja 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 komm ich komme jeder die damt und die damt hier baumut da 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 kommt mein drache er zieht sehr nach Fallen Fettsäne 9 aus. Also das wird wahrscheinlich das Grundkonzept vielleicht gewesen sein. Ich weiß ja leider nicht, wie er in 8 aussah. Da hab ich ihn nicht geholt. Naja. Dann. Ah, das macht schön Schaden hier. Da, da. Ein Arm weg. Bio 3. Ah, das macht gar nichts. Der ist fort hässlich. Und der regeneriert seine Arme. Ach, kann ich jetzt grad nicht. Verdammt. Das hab ich einfach... Die Dinger ist wieder rausgekauft. Da war ich vielleicht große Wache. Flacker, 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 flacker. Da komm, hau rein. Und feuer frei. Neho Bahamut. Und das macht schaden. Das macht schaden. Das...